Hallo und herzlich willkommen zu unserem nächsten Erklärvideo im Legestyle. Heute geht es um Open Educational Resources, zu deutsch offene oder auch freie Bildungsressourcen. Das sind Bildungsmaterialien, die frei verfügbar sind. Sie können verändert und wieder weitergegeben werden. Die UNESCO definiert Open Educational Resources wie folgt. Es sind Bildungsmaterialien jeglicher Art und in jedem Medium, die unter einer offenen Lizenz veröffentlicht werden. Eine solche offene Lizenz ermöglicht den kostenlosen Zugang sowie die kostenlose Nutzung, Bearbeitung und Weiterverbreitung durch andere ohne oder mit geringfrühigen Einschränkungen. Open Educational Resources können einzelne Materialien, aber auch komplette Kurse oder Bücher umfassen. Jedes Medium kann verwendet werden. Lehrpläne, Kursmaterialien, Lehrbücher, Streaming-Videos, Multimedia-Anwendungen, Podcasts. All diese Ressourcen sind OER, wenn sie unter einer offenen Lizenz veröffentlicht werden. So, was ist nun eine offene Lizenz? Es gibt dafür keine konkreten Vorgaben, aber weitestgehend werden Creative Commons Lizenzen verwendet. Von denen haben Sie sicher schon gehört oder Sie haben das Logo gesehen. Es kommen allerdings nur drei der Creative Commons Lizenzen in Frage. Und zwar CC BY, das heißt der Name muss angegeben werden, CC BY SA, der Name muss angegeben werden und das Werk darf nur unter gleichen Bedingungen weitergegeben werden und CC 0, das Werk geht über in die Gemeinfreiheit, wird also im übertragenen Sinn in die Freiheit entlassen. Die wichtigsten Vorteile von OERs sind die weltweite Verfügbarkeit und Verbreitung sowie die Möglichkeit gemeinsam an Ressourcen zu arbeiten und solche zu verbessern. Wo können Sie solche freien Bildungsressourcen finden? Natürlich haben wir bei unserem Lehrerinnenweb sehr viele Open Educational Resources, z.B. bei den Praxisideen, aber auch bereits bei vielen Downloads. Es gibt eine gesammelte Liste beim Austria Forum, die ich Ihnen unter dem Video verlinkt habe und auch bei der Onlinesuche kann bei den meisten Suchmaschinen die Suche nach Lizenzarten eingeschränkt werden. In diesem Sinne frohes Finden, Bearbeiten, Weitergeben und bis bald!